Und Liebhaber von Ali Osman Gurmerts Kunst, ich darf Sie im Namen der Living-Bauhaus-Kunststiftung ganz herzlich hier begrüßen, insbesondere die First Lady der türkischen Botschafters und die Freunde der türkischen Botschaft, die Ali Osman Gurmerts heute die Ära weisen, eine Ausstellung hier auf diesem traditionellen Boden, in diesem doch sehr umstrittenen Haus zu begleiten. Ich glaube, kein Künstler in dieser Stadt hat jemals ein so großes Werk in einem Wohnhaus aufbringen dürfen. Es ist ein besonderes Werk, was ein Kollege von uns, ein Steinmetz, mit Ali zusammen ausgesucht haben. Und wir haben uns in der Stiftung davon begeistern lassen, hatten es sehr klein erst, ich lasse mal die Windluft, hatten es sehr klein erst hier gesehen und haben uns dann davon begeistern lassen. In wenigen Monaten, ich denke in acht Wochen, genau, in acht Wochen hat Ali dieses Bild mit einer Hebelbühne aufgebracht, auf 42 Quadratmetern und wir freuen uns sehr und die Bewohner des Hauses freuen sich sehr, diese lebendige, bunte und doch erfrischende Kunst an diesen Standorten zum Haus präsentieren zu dürfen. Ich darf Ihnen kurz einen kleinen Abriss von Ali Osman Gurmerts geben, der seit 2009 in Berlin lebt, mit Sohn türkischer Migranten in Deutschland ist und eigentlich aus der Investmentbranche auf das richtige Pferd, auf die Kunst gesetzt hat und 2008 diese Branche verlassen hat, die Investmentbranche und gesagt hat, ich möchte mich mit Farben umgeben, die mich als Kind begeistert haben. Und was mich besonders freut, ist, dass Ali tatsächlich mit sehr, sehr vielen Kindern arbeitet, mit Schulklassen arbeitet und dort einen extremen Faible entwickelt hat und wir hatten schon viele Kinder hier auf der Baustelle und sie waren immer sehr begeistert, nicht nur von der Eastside Gallery und von der Rückwand, sondern halt auch von der Arbeit, die Ali hier im Haus leisten durfte. Wir haben als Kunststiftung Ali die Möglichkeit gegeben, in der 14. Etage in diesem Haus ein Atelier aufzubauen, über 500 Quadratmetern und das hat ihn so begeistert und so inspiriert, dass er spontan gesagt hat, ich möchte auch gerne die Kunst zeigen und das wollen wir heute mit Ihnen eröffnen. Wir wollen diese Ausstellung den Kindern widmen und natürlich Ali damit auch ehren, weil es doch bemerkenswert ist mit so viel Freude und man nennt es Pop-Art, ich weiß gar nicht, ob es der richtige Begriff ist, seine Kunst zu würdigen. Ich darf Ihnen ganz kurz erklären, wie dieses Werk hier rechtlich untersetzt ist. Es gibt sozusagen in einem Haus wie diesen Wohnungen, die man erwerben kann und es gibt Sondern-Nutzungsflächen. Üblicherweise sind das Dachterrassen oder Stellplätze oder Kellerräume. Und zum ersten Mal haben wir mit unserem Notar gemeinsam diese Fläche der Stiftung zugeordnet. Diese 42 Quadratmeter ist ein besonderes Nutzungsrecht der Living-Bauers-Kund-Stiftung und darauf dürfte sich Ali jetzt verewigen und wir hoffen, dass es sozusagen nach 100 Jahren, so lange das auch noch stehen soll, dass es so strahlt und auch so gepflegt wird von uns als Stiftung und kein anderer außer die Stiftung und Ali dürfen dann diese Wand eigentlich anfassen oder bemalen oder sonst nie verändern. Das ist eigentlich das Besondere an diesem Haus, dass wir zum ersten Mal in die Hochenzeltale an so einem Nutzungsrecht eingebracht haben und das Grundbuchamt hat es auch eingetragen und somit ist es auch rechtlich verbrieft, belastbar und verjahrbar. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und würde Sie bitten, Ali mit einem Applaus zu danken, dass er diese Werke hier uns zur Verfügung gestellt hat. Und wir würden Sie jetzt herzlich einladen in die 14. Etage mit uns und zwar geordnet, weil wir haben nur zwei Fahrstühle nach oben zu fahren, wir haben ein kleines Buffet aufgebaut und würden uns freuen, wenn Sie die Ausstellung mit dem Künstler zusammen genießen würden. Herzlichen Dank. Ali Gomez, zufrieden bisher mit dem Erfolg? Sehr. Ich bin sehr zufrieden, so viele Gäste da und ja. Deine Bilder verströmen ja eine gewisse Heiterkeit, Leichtigkeit, Witz, Humor. Woher nimmst du das in der heutigen Zeit? Also woher nehme ich das? Das ist mir jetzt zu kompliziert gerade. Soll ich dich das nochmal fragen? Das ist ihm zu kompliziert gerade. Ali Gomez, sind Sie zufrieden mit der heutigen Vernissage? Ja, ich bin sehr zufrieden, sehr viele Gäste da und macht mich natürlich stolz. Die Location ist ja auch was ganz Wunderbares. Die haben so einen Hang nach oben, ne? Ja, ich war ja auch im Waldorf Astoria ganz oben mal gewesen in einer Ausstellung machen und ich glaube, ich bleibe jetzt da. Hoffentlich. Wenn ich mir Ihre Bilder so anschaue, dann stelle ich fest, dass Sie doch eine gewisse Leichtigkeit, einen Humor versprühen. Und ja, wie soll ich sagen? Ja, woher nehmen Sie das in der heutigen Zeit? Woher nehme ich das? Also es geht für mich darum, ich möchte gerne halt den Menschen oder den Betrachtern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und wie die Figuren entstehen, die habe ich schon eigentlich immer parat. Und auch wenn ich jetzt ein Interview gerade gebe, habe ich schon neue Ideen und kreiere einiges in meinem Kopf und morgen fange ich an, diese umzusetzen. Ihr Stil ist ja, wie ich meine, sehr poppig, sehr witzig, auch ein bisschen naiv. Erinnert ein bisschen an den amerikanischen Stil. Ich denke da an Keith Hering oder James Rizzi. Würde es Ihnen gefallen, in diese Schublade der Pop-Art gesteckt zu werden? Es ist Pop-Art, was ich mache. Und das sind eigentlich auch sozusagen meine Vorbilder. James Rizzi hätte ich gerne noch kennengelernt, aber der ist meiner Meinung nach 2011, ist er leider verstorben. Hätte ich gerne noch kennengelernt. Aber ja, also ich habe mich auch schon irgendwo von denen inspirieren lassen. Aber mittlerweile habe ich meinen eigenen Stil. Woher stammen Ihre Figuren eigentlich? Wie haben Sie sich kennengelernt? Ihre lustigen, bunten Figuren. Wo haben Sie sich das erste Mal getroffen? Wie kam es dazu? Also es kam dazu, ich habe seinerzeit, also als Kind irgendwo, ich hatte immer eine große Nase gehabt. Und als Kind kam die noch mehr zur Geltung. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ist da der Wunsch der Vater des Gedanken? Katz. Nein, nein, da müssen Sie jetzt durch. Nein. Also Sie hatten als Kind eine große Nase, sagten Sie. Da waren wir stehen geblieben. Genau. Und dann habe ich einfach immer wieder mal Nasen dargestellt und habe die auch immer gezeichnet. Und dann bin ich auch bei den Nasen geblieben. Ich habe einige Werke, da geht es wirklich nur um Nasen. Ganz große Köpfe, bunt. Und ja, so halt. Könnte man Sie als Nasenfetischist bezeichnen? Nein, das kann man nicht. Das kann man nicht. Oder sollte man nicht. Was wollen uns eigentlich Ihre Figuren, was will uns Ihre Kunst sagen? Was wollen Sie uns sagen damit? Also ich möchte halt, dass die Welt ein bisschen fröhlicher ist mit den ganzen Farben und alles, was ich auf Leinwand bringe, möchte ich gerne den Betrachtern sozusagen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Jeder soll seine eigene Geschichte da drinnen finden. Meine Bilder sind ja schon irgendwo, manche sehr komplex und sehr detailliert, filigran. Und genau, und dass ich halt heutzutage auch mit Kindern zusammenarbeiten darf und kann, die mittlerweile auch meine Werke benutzen in den Hauptfächern sozusagen, Deutsch, Erdkunde und so weiter. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Erzählen Sie weiter. Genau, das war es. Was, was Ihre Figuren sagen wollten, da waren wir stehen. Genau, einfach nur Positives ausdrucken und die Welt ein bisschen bereichern mit der Farbenpracht und ja. Ja, wunderbar. Sie sind inzwischen wieder eine Etage höher. Das hatten wir ja eingangs schon festgestellt. Genauso, wie ich festgestellt habe, wie auch die Preise. Also Sie sind wirklich jetzt auf dem Level, dass sich auch Sammler wahrscheinlich dafür interessieren. Oder liege ich da falsch? Ja, das stimmt schon. Also jetzt über die Jahre hinweg habe ich einige Ausstellungen gemacht, hatte auch meine Preise dementsprechend gehabt. Und mittlerweile ist es natürlich auch locationabhängig. Ich habe natürlich auch irgendwo meine Kosten. Und ja, und die Nachfrage ist einfach da. Und die Preise sind halt angestiegen. Ja. Wie sieht es auf dem internationalen Markt aus? Ich kann eigentlich schon sagen, dass es spruchreif ist. Genau. Da geht es jetzt um Expo 2016 in Antalya in der Türkei. Und der nächste Schritt ist Pompeji. Also Details folgen noch, aber das ist schon mal ein Leitfaden. Super tolle Aussichten. Aber auch super tolle Aussichten für die Kinder, mit denen Sie arbeiten. Und da sind wir jetzt angekommen, wo Sie ursprünglich auch schon mal hinwollten. Erklären Sie doch mal genau, was Sie mit den kleinen Malermonstern in den Schulklassen so machen. Also ich versuche natürlich erstmal die Kinder aus ihren... Also ich versuche erstmal auf Augenhöhe zu sein mit den Kindern. Und... Oder bin ich auch immer. Und wenn es dann irgendwo funkt und ich kann die Kinder beauftragen. Also da gibt es natürlich auch in sich hinein verschlossene Kinder, die sich nicht zumuten oder nicht zutrauen. Da mache ich das so, dass ich dann ausgerechnet diese Kinder beauftrage. Beim Kunstunterricht oder wir haben Deutschunterricht und die müssen dann Aufsätze schreiben über irgendwelche Werke von mir. Die beauftrage ich und dann ist es ein Miteinander. Also das fruchtet so gut, dass die Kinder untereinander... Dass die alle super gut klarkommen. Und... Und dass ich ständig auf Augenhöhe bin mit denen. Also die Kinder erzählen mir so viel und fühlen sich geborgen. Und wenn ich dann mit meiner Kunst, die so farbenfroh ist, die dann auch überzeugen kann, ist es echt ein Pluspunkt für mich. Also das gibt mir sehr viel. Ich lerne viel von Kindern. Die Kinder lernen von mir. Und heutzutage kombinieren wir halt die ganzen Hauptschulfächer sozusagen mit Kunst. Und ja, die Kinder schreiben mittlerweile viel, viel bessere Noten und Zensuren. Also das ist unglaublich. Unglaublich. Dann könnte man ja sagen, dass Sie sich auch etwas sehr Kindliches auch bewahrt haben, ne? Ganz genau. Also ich bin immer noch nicht ganz erwachsen in dem Fall. Dann wollen wir hoffen, dass es auch so bleibt. Weil Erwachsensein ist in der Regel recht langweilig, finde ich. Ich habe nochmal eine allerletzte Frage. Wie heißen die Figuren zum Beispiel? Die haben sicherlich Namen. Genau. Das ist zum Beispiel Going Quackers. Also ein bisschen verrückt werden. Und wenn die Frage jetzt kommen sollte, warum nur ein Auge? Ich habe seinerzeit auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen wollen, habe aber gesehen, dass es nicht so richtig ist. Habe mich auf eine Sache konzentriert und das ist die Kunst. Deswegen habe ich nur ein Auge und alles, was mit Kunst zu tun hat, strahlt in die Richtung für mich. Also das ist meine Sichtweise. Das ist eine wunderbare Erklärung, eine wunderbare Vernissage. Und Sie sind ein wunderbarer Maler. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Viel Spaß noch. Dankeschön. Vielen Dank.